Klar habe ich von der Liga was gehört, klar habe ich mit Braco auch telefoniert, das ist ja selbstverständlich. Und ja, es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde, aber das, wie gesagt, entscheidet die Liga. Entscheiden nicht wir, wir haben keinen Einfluss drauf. Wir bereiten uns ganz normal so vor, wie wenn das Spiel stattfinden würde. Und klar, Bayern hat einige Ausfälle, wir haben auch ein paar Ausfälle und wie gesagt, entscheidet das die Bundesliga.